So, guten Abend zusammen. Gerade eben gab es noch einen Einsatz für die Feuerwehr in Wegberg. Und zwar brannte in Rath-Anhofen eine Lagerfläche. Die Feuerwehr war relativ schnell vor Ort und hatte das Feuer auch schnell unter Kontrolle. Was genau gebrannt hat, kann ich derzeit noch nicht sagen. Auch die Brandursache ist unbekannt. Derzeit laufen die Löscharbeiten und das Gebäude was da gebrannt hat, was an der Lagerfläche angrenzt, das wird gerade einmal den Augenschein genommen. Wir folgen jetzt ein paar Bilder von den Löscharbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank.